...Zeit, gefangen in Selbstständigkeit. Trepp auf, wir sind die Versandsoldaten. Trepp auf, du bist im Proletariat. Ding Dong, immer, die vor niemals warten. Keiner da, Zettel rein, Trepp da. Halt! Halt! Seht ihr hier in Erinnerung? Sollen wir alle da einmal durchzählen? Herbes! Post, wo die haben? Kupi erst! Fehlte! Und wer fehlt? Die deutsche Post! Drei weiße Tauben Auf unseren Dach Drei weiße Tauben Die halten mich fort Drei weiße Tauben Die machen gut Drei weiße Tauben Die scheißen nicht durch Drei weiße Tauben 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 Die Musik 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 Dann wollen wir doch mal Post- und Logistikzentrum, Postmeister Hempel. Herr Postminister! Was? Unsere Filiale wird geschlossen? Amazon, die wir nicht tun? Oh, aus die Maus. Ende Alliette. Das Postamt ist geschlossen. Aber trotzdem. Fünf, vier, drei, zwei. Eins kann mir keiner. Oh, eins kann mir keiner. Eins kann mir keiner nehmen. Und das ist die gute Luft. Das ist die gute Luft. Das ist die gute Luft. La Mono! La Mono! La Mono! La Mono! So, liebe Snärjes, das war unser Programm. Ich hoffe, es hat euch gefallen! Echt vielen Dank für die Abfügigkeit! Und hier sind die Darsteller! Dankeschön! 25 Jahre LKC, 25 Jahre meine Freunde! Dankeschön! La Mono! La Mono! La Mono! La Mono! Ausmarsch! Wir haben eine gewolltere Frau, es kommt mir ab, die sich recht herzlich! Klingel von der Dame, Ihr habt ein Haltpapier aus, oder? Man ist eine Haltpapier aus. Sie ist ein Haltpapier und das hat diese Haltpapier auf. Und es hat diese Haltpapier aus. aber es ist ein Haltpapier, sie sind ein Haltpapier! W-W-W-W-W. Untertitelung des ZDF, 2020